Und dann könnt ihr euch nochmal ausruhen. Dann versuchen wir es weiter. So, jetzt wird es zurückgehen. Wahrscheinlich bringt das einfach nur weiteren Gang hier. So, dann wollte ich jetzt runter, glaube ich. Aber warte mal, das Ding ist jetzt weg. Das heißt, wir haben die Schalter noch nicht betätigt, oder wie? Doch, den haben wir hier aufzumachen. Den Drachen haben wir noch nicht. Das war's. Okay. Okay. Headshot. So. Dann darfst du mal wieder geliebt werden. Ja gut, euch nochmal ein bisschen aus. Okay, da haben wir, glaube ich, hier einiges noch mitzunehmen. Das ist eine Truhe. Oh. Nein. Ich habe eigentlich einen Söder. Söber, okay. So, ich bin noch gerade hier am Inventar managen, meine Lieben. Lasst mich das doch mal erledigen. Okay, so you can't lose it. Okay, so you can't destroy it if the lockpick wasn't successful. Okay, good. Gut zu wissen. Hm, empty. So, das hat sich aber schon mal gelohnt, dann können wir noch in die andere Richtung gehen. Gute Nacht. Oh, okay. Yeah, you're right. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Okay, ja. Nice. Gut, dann haben wir ja alles, dann können wir doch mal da rüber. Was ist was da, hier, no? Oh, da liegt noch was rum. Oh, da liegt noch was rum. Auf, da liegt noch was rum. Mhm. So, das fand ich überraschend. So, das war's für heute. Hm. Ja, das ist wahr. Hm. Welchem Level bin ich? Zwei. Wo war ich denn noch nicht? Das sieht ziemlich gut aus mittlerweile. Ja, das sieht so aus. Ja, das sieht so aus. Ich habe einen von diesen. Und diesen, aber ich kann nicht benutzen, weil... Ah. Weil es ein... All in the ground. All in the ground. Hi. Okay. Okay. So. Wir sind auf Level 3. Ja. Wir sind hier. Wir sind hier. Mit in the middle. Ja. Ja. Ah. Okay. Es sind also nicht alle. Thanks. Wir sind hier. Okay. Okay. Wir sind hier. Wir sind hier. Oh? 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 Das hat sich ja gelohnt. Hm, empty. Knopf means Hebel is lever and Knopf means button or switch. Lever or switch is Hebel and button is Knopf Hebel 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 So, genau da waren wir ja drin. Da war noch ein Knopf, den haben wir aber. Hm. Dann würde ich mal sagen, wir verziehen uns mal wieder. Dann gehe ich mal tatsächlich nochmal hier oben nachschauen. Hm. Hm. Das haben wir ja hier oben alles. Hier ist ja noch ein Hebel. Das ist ein Hebel. Wir haben doch einen Punkt voll durch. Schade. Okay, soviel dazu. Okay, soviel dazu. Okay, soviel dazu. Okay, soviel dazu. Hm. Ich glaube, wir sollen noch ein bisschen nach Zeug suchen gehen. Das war Level 3. Das war Level 3. Das ist viel zu... Ja. Ja. Quatsch. Gut, die haben wir geknackt. Ich glaube, du bist mit dem Ding ganz zufrieden, ne? Das geht aber... Genau, das geht jetzt auf Kämpfer. Hm. Schauen wir mal, was da unten noch abgeht. Das war ja echt... Warte mal, können wir... Ah! Ja! Und durch. Wie war das mit dem Dolch rein raus? Dagger in, Dagger out. Dagger in, Dagger out. Ja. Hm. Nochmal. So. So, jetzt haben wir zwei Dolche. Hm. Möchte ich gerne mal speichern. So. So, das Schloss knacken wir mal. Oh. 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 So, das war jetzt nicht ohne, aber wir haben es geschafft. Cool. Hat halt leider nur zwei Dolch gekostet, aber nutzt sich ja eh nicht so wirklich. So, von daher war es das wert. Das kriegen wir nicht geöffnet. Ach, warte mal, können wir? Okay. So geht's auch. Du hast schon Helm? Wieso hast du zwei Helme? Einfrieren schriftvoll, okay. Können jetzt alle, ne? Juwelen besetzt dadurch. Okay, vielleicht kommt mit dem jetzt ja weiter. Und dann schauen wir uns das mal an. Einmal komplett wieder durch, ne? Runter, rüber, runter. Woll, wir müssen weiter nach Süden. Woll, wir müssen weiter nach Süden. Wann das irgendwie geht? Und dann hier runter. Okay. Dann hier nochmal ganz da hinten rüber, bis es da nach oben geht. Ich glaube, die meisten fallen habe ich jetzt entschärft. mir halt nicht so ganz sicher. Aber sollte passen. Bis ich dann halt auf die Falle draufdreht. Läuft's. Läuft's. Ein Frink hat's doch nuscht. Eins, okay. Woher erst? Da hier eh nix mehr ist, sollte ich vielleicht mal den Weg nehmen, der auch passt. Und darüber dann nach Süden. So. So. To which trinket could he be referring? Ah, sehr schön. Splendid. Let us go now and get the elixir. Hi, I'm Laura from Grisball. Where do I go now? When your companions are finished, you shall wait here. We are seeking a cure for King Richard of Gladstone. I am aware of them. Only the elixir of Diabon can cure Gladstone's monarch. Ingredients are everywhere. But the elixir you seek can only be created in an ancient white tower. I say, could you be a bit more specific? The master has spoken. If you want more information, you must present another gift. No? I will answer that query. Fate has condemned me to this course and along its path I must tread. You must obtain four special trophies. First, you must butcher the creature whose flesh has never lived. Next, you must see the sweetness of your enemy. Your third ingredient must be collected from the deadly depths. Lastly, you will need powders taken from the heart of your mother. This has been inscribed in a scroll for you. Thank you. Well, so long, Laura. Best of luck to you. Thank you very much for your assistance. All Grisball owes you a debt of gratitude for leading me through those dreadful caves. The master has spoken. You must leave now. Okay. Dann, äh, eine Rätselschriftrolle. First, you must butcher the creature whose flesh has never lived. Next, you must see the sweetness of your enemy. Your third ingredient must be collected from the deadly depths. Last, you will need powders taken from the heart of your mother. Okay. Dann scheint das jetzt so zu sein. You just sind... Aha. Hier. Hier. Bad luck. I presume we'll have to unravel the Draco's riddle before we can assemble any of the ingredients. Let's return to Gladstone. Maybe one of the council can figure this out. Okay. Gehen wir mal. Auf, klopf. Ah, hier sind wir jetzt okay. Einen kann ich wieder mitnehmen. Das brauche ich nicht mehr. Dann würde ich sagen, wir verziehen uns nochmal. Nein. Da ist noch jemand. Das ist jetzt nicht... Na gut. Geht jetzt zuerst. Irgendwer geht zuerst drauf. Das muss nur schnell genug sein. Ja, könnte knapp werden. Wird echt knapp. Aber geht. So, mein lieber Ratter. Das war's dann mit dir. Du hast aber genau, du hast Magier 4. Ja, das ist ja nett. Würde ich gerne nochmal hochheilen. Und, müssen wir nach Süden? Nee. Jetzt raus. Coole Sache. Nicht so coole Sache. Schau bitte. 3-3. Hm, haben wir noch genug Platz? Ich glaube, wir müssen ein paar Steine ablägen. Langsam. Wie haben diese Bordel Timothy's Coinsack? Hm. Die Kranen kommen mal weg. Timothy, was passiert? Ja. Bacata, is that Michael? Gladstone has fallen. Scotia and the Dark Army have stolen King Richard's body. Thank goodness Don's magic shroud still protects him. But we have the elixir. Or at least a recipe for it. Excuse me a moment. This arrow is quite annoying. Michael, you must find the council. Only their four keys can open the shroud and allow application of the elixir. Remember, you must save the king and destroy Scotia. Are we going to let him just fade away like that? Death is so often embarrassing. Let us at least leave the poor man with his dignity. Well then, where shall we begin? Can we find these ingredients? What about the ruby? And where is the council? Our waiter, they followed my mistress Dawn into Hoppenwood. In that case, we'll need to get across Lake Dredd ourselves. Then let's get down to the marina and see if we can find a boat. Hm. In Ordnung, in Ordnung, aber ich hätte ganz gern die Sachen jetzt verkauft. Alas, Gladstone has fallen. Alas, Gladstone has fallen. It's not safe to enter. Na gut, dann würde ich sagen, auf zum Hafen. Okay. I hope that Tart enjoy the Orcs visit. I hope that Tart enjoy the Orcs visit. Alles kaputt hier. Also Hafen fällt auch flach. Dann gehen wir beim See, waren wir jetzt bisher noch nicht. Pssss, was war das? Pssss, ich glaube, da ist jemand in den Bösen. Michael. The Cada Darksoot is everywhere. We know. Timothy told us of the attack on Gladstone. We're looking for a boat that can take us to Hoppenwood. Lucky for you. The same boat that took Dawn just came back. Go this way. The boat waits for sure. Aren't you coming with us? Nein, Victor kann noch nicht gehen. Du musst hier erst ein paar Tage zentralen. Du hast in ein paar Tagen besucht. Schau mich an, nicht wahr? Gut Glück. Hier, vielleicht magst du das. Nein? Danke, Victor. Danke, dann paddel du mal eine Runde. Gut Glück. Das ist, wo ich unsere Frau-Ledys-Ship verlassen habe. Sie hat jemanden in einem Wagen kennengelernt. Lass uns helfen, dass wir schnell an Don befinden. Lass mal eine Salbe da. Um dir wieder Zeit zu speichern. Oh, hey. Doppelkill. Ich glaube, bei dir ist es mir lieber, wenn du ein bisschen mehr verteidigst. Ich hätte gerne einen Händler. Okay, wo sind wir denn jetzt? Oh, dann erkunden wir mal eine Runde. Obwohl das vielleicht gar nicht so sinnvoll ist mit dem vollen Inventar. ein glatter Felsbrocken. Aber ich mag auch echt den Art-Style hier von den Westwood-Spielen. Die haben es echt hingekriegt, sehr, sehr schöne Pixel-Spielchen zusammenzukriegen. Hallo, Kepo. Genau. Ein Cent 93, um genau zu sein. Das ist das letzte Jahr, ich glaube. Da tauschen wir das nochmal aus. Das haben einige, ja. So, wo mag das hinführen? Gut, dann warten, bis das runtergetickt ist. Dann heilen wir dich gleich nochmal hoch. Ich hoffe, wir können hier rasten und, dass es jemand Stress schiebt. Ja, also ich kann mich in den Nachfolger gehen können. Ich weiß aber nicht mehr, wie rund der bei mir gelaufen ist damals. Den Nachfolger hatte ich halt gespielt, als der relativ frisch raus war. Sehr schön. Gut, rum. Feuer. Und weg mit euch. So, wie sieht denn? Ach, hier ist sogar ein Geheimgang. Schön. Schauen wir uns das mal an. Ja, ich glaube, den hat ich damals auch gehabt. Aber er lief halt leider auch nicht so wirklich rund. Das ist voller Geheimgänge hier. Und das lohnt sich. Hm, empty. Noch irgendwas? Nee, ist schade. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich da noch großartig drauf hatte. Hm, empty. Könnte nochmal rasten. Fuck. Kannst du das? Schön. Dann warten wir nochmal. Ich glaube, es geht schnell, wenn wir es einfach nicht nochmal hochheilen lassen. Das ist doch schon Level 3 aus Versehen. Ja. Aber nee, ich war tatsächlich ganz froh, ähm, das mit dem, äh, Bubble Blub raus. Und dass ich das über deinen, über deinen Shareware rausgefunden hatte. War witzig, das nach 25, 26 Jahren mal wieder zu spielen. Oder noch länger. Hm, empty. Nee, nicht heilen, bitte. Oh, du stehst noch. This stump has been picked clean. Pff. Ha, dein Vater hat dir die abgedrückt. Das ist natürlich auch praktisch. Erstens, ich habe nicht genug Magie. Hm, hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Okay, langsam geht hier doch ein bisschen schnell kaputt. Das ist letzte Kwix, äh, hm, 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 hm. Ich befürchte. Ja. Hm. 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 ich könnte aber gucken was ich von den von den ganzen demos noch zum laufen krieg hier auf der kiste ja ja kam etwas zu spät mit dem speichern wenn lief die kämpfe auch einigermaßen gut die sind einer falschen sicherheit gewagt ja mal gucken das war jetzt nicht so schön aber ja vielleicht jetzt wo ich mal wieder öfter hier niederlagen kassieren muss vielleicht ist das der lerneffekt das stumpen hat ihn zu spüren hi spare this poor traveler a few coins huh thank you sir you are very kind i'm glad to be of service but it may not be safe for you to touch me warum nicht but it may not be safe for you to touch me hm ich hoffe mal dass macht sich nicht negativ bemerkbar im bettlaug im bettlaug im bettlaug Dann hauen wir hier mal raus. Der Bettler ist wieder weg, oder wie? Jo, tatsächlich. Seltsam. Bei dem müssen wir... Was hast du denn an Rüstung? 46, 15... Na gut, du wirst da das Erste angegriffen, scheinbar. Ich habe den Uf, okay. Ja. Ja, wenn Gobel hat halt den zweiten Teil, Götterdämmerung, hatte der als CD, oder halt auf CD, den haben wir dann... Ich glaube nicht sehr erfolgreich, aber doch relativ viel gespielt. Also wirklich durchgespielt, ähm, haben wir den nicht... Ich muss mal gucken, ob das Let's Play von, wie hieß er, Iridionswelten? Ingirionswelten? Ob das noch online ist? Das habe ich mir nämlich zu... Ja, ja, genau, also, und der Teil 2 hatte... Sechs oder sieben CDs. Aber da kommen dann auch, ähm, Fullmotion-Video-Sequenz. Und da sind drin vor. Genau, und ich hatte... Es war halt eins der... Oder... Weitere... Eins der ersten Let's Plays, die ich mir damals dann noch angeschaut hatte, als ich selber mit Let's Playing angefangen habe. Aber ich glaube, der hat dann noch... Ich weiß nicht, ob er was durchgespielt hat. Und dann irgendwann hat er halt dann gemeint, der muss dann leider aufhören. Hm, ähm... Ähm... Weil die Zeit da war, oder irgendwie wegen beruflich... Das nicht mehr so ganz lief. Ist auch beides noch im Original. Ja, hei Terrell, willkommen. Ich glaube, du hast es ja auch mal irgendwann gespielt. Es wurde mir, glaube ich, bei... Zumindest bei der Google-Suche wurde mir das mal noch angezeigt. Das da... Von dir Videos zu Teil 1 oder 2 existieren. Hm, locked. So, wo ist mein... Den zweiten, ja. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Kein Lederwams. Uha. Wieso hast du den Helm hier an? Blitzschlag, okay. Hm, empty. Aber cool, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Okay, ich mach doch direkt mal ab. Okay, dafür haut das jetzt halt auch ordentlich rein. Geht mit Blitzschlag eigentlich? Okay, ich mach das jetzt halt auch ordentlich rein. Ja, ich kann mich auch daran erinnern, dass es war... Der war übel. Zwei hätten wir. Da sind wir halt auch nie wirklich weit gekommen. Und du hast halt dann auch mit den... Mit den Verwandlungen immer so eine Random-Komponente drin gehabt. Ja, dass du dann teilweise... Ähm... Bis du halt dann teilweise warten musst, bis du die richtige Größe hast, um halt im Level weiterzukommen und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal. Wir befinden Sie rein. Bis zum nächsten Mal.